Ich bespreche mit dir die Aufgabe B3.6 aus der Abschlussprüfung für die Realschule in Bayern aus dem Jahr 2023. Das ist aus der Arbeit Mathematik 2. Ja, hier hast du erstmal die Aufgabe in der Übersicht. Versuch es doch erstmal selber und vergleich es dann mit meiner Lösung. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, worum geht es da überhaupt? Also der Winkel zwischen der Geraden G, die Gerade G, die haben wir ja hier, das ist diese hier, und den Strecken A, N, B, N. A, 1, B, 1 wäre da, A, 2, B, 2 wäre da. Also hier entsteht so ein Winkel dazwischen, haben jeweils das gleiche Maß. Das ist auch logisch, erkläre ich gleich vielleicht noch. Berechnen Sie das zugehörige Maß Phi für das gilt Phi kleiner 90 Grad. Also wir sollen diesen Winkel hier ausrechnen, der sich hier zwischen A, 2, B, 2 bzw. A, 1, B, 1 und der Geraden G bildet. Ja, warum ist der immer gleich? Ja, die Gerade, die steigt ja linear an. Das ist ja immer das Gleiche. Alle Dreiecke sind gleichseitige Dreiecke. Das heißt, dieser Winkel hier, der ist immer 60 Grad bei jedem Dreieck. Der ganze Winkel hier, von da bis auf den Boden sozusagen, der ist 90 Grad. Und dadurch bleibt hier immer das Gleiche übrig. Ja, ich habe das nochmal rausgezeichnet, um das ein bisschen besser erklären zu können. Also ich habe hier nochmal eine Skizze gemacht mit diesem Dreieck. Ja, du hast also hier diesen Winkel Phi, der gesucht ist. Und hier sind es ja garantiert 60 Grad. Das ist ja ein Dreieck aus dem gleichseitigen Dreieck. Und dieser Winkel hier, der ist auch immer gleich. Also ich sage mal, der Winkel zwischen der Geraden G und der X-Achse sozusagen, also der horizontalen, ich nenne ihn mal Alpha, der ist also auch immer gleich an jeder Stelle. Ja, der Winkel dieser Geraden G, der ändert sich ja nicht. Das heißt, wenn ich den Winkel Phi haben will, dann muss ich letztendlich rechnen, Phi gleich, insgesamt haben wir ja dann hier 90 Grad, das geht ja hier senkrecht nach oben, das war ja so vorgegeben, das hier ist horizontal, also das Ganze ist 90 Grad minus 60 Grad minus Alpha. Ja, und da muss ich mir halt überlegen, wie groß ist Alpha? Alpha kann ich nämlich ganz gut ausrechnen. Die Gerade G, die war ja auch formelmäßig vorgegeben, da war ja eine Steigung von M gleich ein Fünftel, ja. Und ein Fünftel heißt 5 nach rechts, 1 nach oben, also zum Beispiel so. 1, 2, 3, 4, 5 und dann geht es halt 1 nach oben, ja. Wenn ich also so ein Steigungsdreieck einzeichne, bis hierhin, so, dann habe ich da 5 und da 1. Und wenn ich mir dieses Dreieck hier mal anschaue, dann kann ich den Winkel Alpha ja leicht ausrechnen, ja. Dann, wenn es um den Winkel geht, ist das ja die Gegenkathete, das ist die Ankathete, ja. Das ist der Tangens, also Tangens Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete, 1 durch 5. 1 durch 5 ist 0,2, also ist Alpha gleich Tangens hoch minus 1 von 0,2, ja. Und das kann ich dann wiederum da einsetzen und dann habe ich es eigentlich schon. Also Phi gleich, 90 minus 60, das sind 30, minus das da, Tangens hoch minus 1 von 0,2. Also ist Phi ungefähr gleich, das gebe ich jetzt in den Taschenrechner ein. Den Term hier, äh, 30 minus, Shift Tangens von 0,2. 18,69 sind das gerundet, 18,69 Grad, ja. Und das ist die Lösung zu der Aufgabe. Ja, ich hoffe, es war gut nachvollziehbar für dich. Lass uns gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.